Mann, ich könnte an die Decke gehen. Wo ist denn bloß wieder meine Brille? Ich weiß nicht, aber unter der Decke findest du sie bestimmt nicht. Keep cool, mein Alter, bleib gut drauf, was regst du dich denn bloß so auf? Bist wegen nischt und wieder nischt, so aufgebracht, dass es schon zischt. Hey! Warum haut sowas dich vom Stuhl? Bleib ruhig, Alter, sei ganz cool. Hör mal gut zu, die Sonne scheint und ich will raus, aber ohne meine Brille? Wie kann ich da cool bleiben? Überall geht was daneben, damit lerne ich zu leben. Trotzdem platzt mir mal der Kragen, warum darfst du mich nicht fragen? Weil mir mal diesmal jedes stinkt und mich echt in Rage bringt. Kleinkram, der mir den Tag versaut und mich von den Socken haut. Ich berste fast vor schneller Wuch, obwohl ich weiß, das ist nicht gut. Ja, ja, meine Brille ist verschwunden und ich such sie schon seit Stunden. Mein bester Frack hat keinen Fleck, mein Faserschreiber plötzlich weg. Mein Lieblingsfot bricht zack in zwei. Wo bitte, nein, mein Frühstücksal? Ich will jetzt keinen Ratschlag hören, weil mich die Besserwisser stören. Schon schmieren sie's mir aufs Butterbrot. Mann, Kerl, was bist du denn so roh? Und hier kommt, was ich immer so liebe. Gib Kuh, mein Alter, bleib gut drauf. Was regst du dich denn bloß so auf? Warum? Bist wenig, total verkrampft. Du schnappst vor Wut, das ist schon dann. Warum haut sowas wie die Kopfstuhl? Bleib ruhig, Alter, sei ganz cool. Hier, guckt euch das an, ich gönne zu viel Krieg. Was ist denn los? Auch zu heiß gebadet heute? Ich wollte mir nur ein Züpfchen kochen, ne? Ohne Fleisch und ohne Knochen, ne? Da waren erst alle Töpfe weg und die da waren, waren voll Dreck. Also war erst der Abwasch dran, ne? Damit ich mir was brutzeln kann, ne? Dann war im Kühlschrank gar nichts mehr, bis auf ein paar Zwiebeln, völlig leer. Ich heul beim Schneiden voller Wut, das wird nichts Tolles. Schmeckt nicht gut, ne? Jetzt schwimmt ne Fliege in der Suppe. Von meinem Hausschuh fehlt die Kuppe. Dazu ein Loch in meiner Tasche. Wo ist die letzte Limo-Flasche? Wer hat denn was bloß weggeräumt? Spinnig, hab ich das nur geträumt? Ich will jetzt keinen Ratschlag hören, weil mich die Besserwisser stören. Sonst schmieren sie's mir aufs Butterbrot. Mann, Kerl, was bist du denn so rot? Wie cool, mein Alter, bleib wohl drauf. Was regst du dich denn los so auf? Bist wegen tisch, dann wieder nisch. So aufgebracht, dass es schon zisch. Warum haut sowas dich auf? Du bleib ruhig, Alter, sei ganz cool. Ja, cool sein, ist ja ganz schön. Aber warum zieht es hier wie Hechtsuppe? Ich friere. Weil Pierre rausgegangen ist. Ohne die Tür hinter sich zu schließen. Total uncool, aber doch kalt. Immerteil. Ja. Ja. Ah. Yeah. Ja. 1 Untertitelung des ZDF, 2020